Ist die Auferstehungsgeschichte einfach nur eine Erfindung? Kann es sein, dass das gesamte neue Testament einfach auf Lügen basiert? Nun, natürlich sollte man sich diese Frage mal stellen. Ist es möglich, dass das, was da drin steht, einfach nur von irgendjemandem erfunden wurde? Denn wenn das möglich sein könnte, warum sollte man daran dann noch glauben? Deswegen schauen wir uns heute mal an, ob das möglich ist. Also gehen wir davon mal aus, es ist wirklich alles erlogen, was da drin steht. Wer müsste in diese Lüge involviert gewesen sein? Na, zum einen natürlich Paulus als Autor von mindestens sieben von seinen 13 paulinischen Briefen, da sind sich alle Historiker einig, hätte er auf jeden Fall in diese Lüge involviert sein müssen. Aber ist er der Einzige? Können wir sagen, alle anderen Schriften basieren einfach auf den Lügen von Paulus und sind eine Weiterentwicklung von dem? Nun nein, es gibt noch mehrere Personen. Und zwar zum Beispiel Jakobus. Warum Jakobus? Nicht nur behauptet Paulus einfach von Jakobus, dass er ihn gekannt hatte und was Jakobus somit gelehrt hatte, sondern Jakobus wird auch nochmal in Josephus bestätigt, dazu habe ich ein Video gemacht und somit wird Jakobus eben auch neben Paulus bezeugt und gezeigt, dass er ein Christ war. Von Jakobus heißt es jetzt aber genauso wie von Paulus, dass auch er eine Erscheinung von Jesus hatte, also mindestens die beiden Personen sind schon mal Lügner, nach der Theorie. Aber es geht noch weiter, denn bei Petrus haben wir das Gleiche, denn durch den ersten Korinther Brief wissen wir, dass die Gemeinde in Korinth tatsächlich Petrus kannte. Er kann also nicht einfach nur Teil der Lügen von Paulus gewesen sein, sondern er muss wirklich in diese Lüge involviert gewesen sein. Deswegen haben wir schon mal beim absoluten Minimum, wenn wir wirklich so ziemlich alles über Bord werfen, was wir in der Schrift haben und sagen, das sind alles komplette Lügen und das hat es nicht gegeben und das hat es nicht gegeben und das hat es nicht gegeben, dann haben wir mindestens drei Personen, die in diese Lüge involviert sind. Und das sind Paulus, Petrus und Jakobus. Und deswegen schauen wir jetzt mal weiter. Macht die Lügentheorie denn Sinn? Denn aus welchen Gründen lügt man denn? Nun, hauptsächlich gibt es eigentlich nur drei Gründe. Und zwar ist das einmal wegen Geld, dann wegen Sex und wegen Macht. Lügen passieren normalerweise aus diesen Gründen. Also schauen wir mal, inwiefern die passen. Hatten die Leute dafür viel Geld bekommen? Wurden sie dadurch reich? Nein, überhaupt nicht. Sie mussten ständig um Geld bitten. Sie waren keine reichen Leute, sie waren eigentlich arme Schlucker. Und Paulus beispielsweise hatte die ganze Zeit nebenher gearbeitet und er wollte sogar nicht mal das Geld annehmen von den Leuten. Er wollte selber für sein Einkommen sorgen und wollte nicht auf Kosten von anderen leben. Auch wenn er gesagt hat, dass er eigentlich das hätte dürfen. Sehen wir zum Beispiel im ersten Korinther. Wie sieht es mit Sex als Motiv aus? Nun ja, wenn das wirklich das Motiv war, dann haben sie es echt schlecht gemacht, würde ich mal sagen. Denn wir sehen ja zum Beispiel aus den paulinischen Schriften. Er predigt die ganze Zeit Keuschheit. Und ja, Paulus sagt sogar, dass er selber enthaltsam lebt. Und das, was er dort predigt in seinen Briefen, ist komplett konträr zu dem Motiv. Also es wird komplett das Gegensätzliche wirken. Es bringt also überhaupt nichts für ihn, wenn das sein Motiv wäre. Denn macht als Motiv. Nun wir sehen, Paulus war vorher ein Schriftgelehrter. Er war vorher eine recht hoch angesehene Person unter den Juden. Und dann haben wir jetzt auf der anderen Seite diese kleine jüdische Sekte, wo die Juden komplett dagegen sind. Und dann soll Paulus als so ein hoch angesehener Jude, als Schriftgelehrter, sein Judentum im Prinzip aufgeben, um dieser kleinen jüdischen Sekte zu folgen, die komplett verhasst im Volk ist. Die zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich Macht hat. Das macht überhaupt keinen Sinn. Vorher hatte er viel, viel mehr Macht, als nachdem er zum Christentum gegangen ist. Er hatte also viel mehr Macht aufgegeben als alles andere. Bekommen hat er das dadurch nicht. Als Motiv macht Macht also überhaupt keinen Sinn. Auch passt es nicht zu dem, was wir lesen. Paulus weist zum Beispiel Ruhm und Ehre zurück im 1. Korinther. Diese Motive also, die zur Lüge führen würden und somit Vorteile mit sich bringen, treffen vor allem auf Paulus eben überhaupt nicht zu. Nachteile gibt es aber allerdings sehr viele. Denn wir sehen ganz klar, dass Christen zu dem Zeitpunkt schon verfolgt wurden. Schon seit frühester Stunde. So ja auch durch Paulus selbst früher. Vom eigenen jüdischen Volk verhasst, Außenseiter und verfolgt. Es macht doch gar keinen Sinn, warum er sich das denn ausdenken soll. Das bringt ihm nur Nachteile. Allerdings gab es auch schon Christen, bevor Paulus Christ wurde. Deswegen muss die Lüge also mindestens schon bei Petrus früher da gewesen sein. Und nun stellt sich die Frage, wie hat Petrus und gegebenenfalls andere, was sehr, sehr wahrscheinlich sein müsste, Paulus und Jakobus von dieser Lüge überzeugt? Paulus, ein Schriftgelehrter, ein Jude, der Christen verfolgt, der nichts von der Lüge hat. Wie überzeugt Petrus ihn von dieser Lüge? Wie soll das gehen? Wie soll Petrus Jakobus von dieser Lüge überzeugen? Jakobus war vorher auch ein Ungläubiger. Er hätte sie ja irgendwie in diese Lüge mit einbeziehen müssen. Aber sie haben ja selber von sich behauptet, dass sie Jesus gesehen haben. Wenn es also nicht passiert ist, dann hätte Petrus sie irgendwie davon überzeugen müssen, bei der Lüge mitzumachen, bei dieser Verschwörung. Aber wie soll das gehen, vor allem ohne Vorteile, die dabei rausspringen? Ebenfalls, wenn es eine Lüge gewesen wäre, dann macht diese ganze Geschichte überhaupt keinen Sinn, warum sie sich das ausdenken sollten. Weil die hätten sich dann in einer Lüge so unglaublich schlecht dargestellt, es macht keinen Sinn. Als kurze Beispiel, das Grab, das leere Grab wurde von Frauen entdeckt Und das, obwohl damals in der antiken jüdischen Kultur Frauen als Zeugen so ziemlich nutzlos waren. Für Celsus, einen frühen Kirchenkritiker, war das zum Beispiel ein Punkt, warum er nicht daran glauben wollte. Weil es von Frauen entdeckt wurde. Wenn du dir jetzt also eine Geschichte ausdenkst, dann denkst du dir doch nicht etwas aus, was dir schlecht dann in die Karten spielt, um andere zu überzeugen. Gleiches sehen wir an zig Stellen. Aber beispielsweise nochmal bei den schon eben benannten Personen, die einfach schlecht dargestellt werden. Petrus verleugnet zum Beispiel Jesus dreimal. Jakobus war vor der Auferstehung ungläubig und Paulus war ein Christenverfolger. Du denkst dir das nicht aus, wenn es nicht wirklich passiert ist. Es spielt dir nicht in die Karten. So ziemlich der wichtigste Punkt ist aber, für eine Lüge würdest du nicht in den Tod gehen beziehungsweise riskieren, dafür getötet zu werden. Und jetzt sagen Leute, natürlich, aber das hast du auch in anderen Religionen. Da gibt es auch mehr Türen. Heißt das, dass es jetzt die Wahrheit ist? Natürlich nicht. Ja, das ist richtig. Aber es gibt einen sehr entscheidenden Unterschied. Und der Unterschied ist der folgende. Wenn du in anderen Religionen Märtyrer hast, dann glauben die zwar daran. Natürlich, weil das ist nämlich, was ein Märtyrium bestätigt, dass sie daran glauben. Aber diese Personen waren dann nicht in der Lage zu wissen, ob es tatsächlich passiert ist. Das ist hier anders. Denn wenn sie sich das erlogen haben, wenn das alles eine Lüge ist von diesen Personen, von Jakobus, Petrus und Paulus, wenn das eine Lüge ist, dann gehen die dafür nicht in den Tod. Denn wenn das eine Lüge ist, dann waren sie dazu in der Lage zu wissen, dass es eine Lüge ist, weil die Lüge ja von ihnen kommt. Dass es aber zu dem Zeitpunkt starke Christenverfolgung gab und die besagten Personen eben dafür in den Tod gegangen sind. Dafür habe ich hier nochmal ein Video gemacht. Es ist halt wirklich so. Lügner ergeben schlechte Märtyrer. Denn warum würdest du für eine Lüge sterben? Von der du weißt, dass es eine Lüge ist. Ebenfalls im Falle einer Lüge macht es auch keinen Sinn, dass sowohl die Ereignisse in Jerusalem waren, also rund um die Auferstehung und Jesus und so, aber der Glaube auch tatsächlich in Jerusalem seinen Ursprung hatte. Also dass er da verbreitet wurde, dass es sich davon ausgebreitet hat. Es macht keinen Sinn. Wenn du dir eine Lüge überlegst, dann nimmst du dir deine Leute und dann isolierst du die und gehst in ein anderes Land weit weg und überzeugst sie da von deiner Gehirnwäsche. Dann können sie es nämlich nicht überprüfen. Dann haben sie nicht andere Leute, die dich easy widerlegen können, weil es weit weg ist. Aber wenn du mit einer Lüge ankommst und diese ganzen Sachen, wie von Jesus behauptet, vor Ort, direkt in Jerusalem, da wo es passieren sein sollte, vor kurzer Zeit, dann können dich die Leute ganz einfach widerlegen. Dann können sie ganz einfach sagen, das ist nicht passiert. Und es würde sich niemals dann ausbreiten, weil die ganzen Schriftgelehrten, die Juden, die Jesus nicht akzeptieren wollten, die wollten ja gegen dir ankommen, die wollten ja gegen die sprechen. Also wenn du dir diese Lügen ausdenkst und in Jerusalem bleibst und es da verbreitest, es ist komplett idiotisch und suizidal. Und es hätte sich vor allem nicht ausgebreitet, dieser Glaube. Niemand hätte ihnen geglaubt, wenn es zum Beispiel dieses leere Grab da in Jerusalem nicht gegeben hätte. Es hätte sich einfach niemand ihnen angeschlossen. Außerdem passt die Beschreibung von Jesus nach seiner Auferstehung nicht zu einer Lüge. Denn wir sehen, dass zum Beispiel Matthäus in seinem Evangelium und auch Paulus in seinen Briefen, die sich ständig aufs Alte Testament und Zitate daraus beziehen. So wollen sie eben erfüllte Prophezeiungen kennzeichnen und somit zeigen, dass es alles schon vorher prophezeit wurde. Jetzt ist aber der springende Punkt. Wäre die Erscheinung von Jesus erfunden gewesen, dann hätten sie sich eher Stellen aus dem Alten Testament gesucht und die Erscheinung so beschrieben, dass es zu diesem besser passt. Und das sehen wir hier aber nicht. Als Beispiel könnte man eben sagen, dass dann, wie es im Buch Daniel geschrieben wird, Jesus als ein scheinender Stern beschrieben wird. Somit gäbe es dann halt in dieser erfundenen Geschichte den direkten Bezug dazu. Aber obwohl sie das ständig machen, sehen wir sowas hier nicht. Es passt also nicht zu einer Lüge. Lüge generell macht es aber auch gar keinen Sinn, dass diese ganzen Personen, die damit einbezogen waren, an dieser Lüge festhalten und nicht ein einziges Mal brechen. Nicht ein einziger davon bekennt, es ist nie passiert. Und gehört vom Glauben, wenn es eine Lüge war, ab. Kein einziges Mal passiert das. Warum wissen wir das? Naja, wäre das passiert und eine Person, die in der Lüge involviert war, hat dann durch die ganze Christenverfolgung zum Beispiel gesagt, okay, es ist nicht wahr und hätte eingeknickt, dann wäre das absolut tödlich für jegliches Gemeindewachstum gewesen. Denn das Christentum, das frühe Christentum, ist vor allem verbreitet worden durch die absolute Standhaftigkeit der frühen Christen, die das eben wirklich erlebt haben oder das eben gesagt haben, dass sie das erlebt haben. Wäre also eine Person davon eingeknickt, es gäbe kein Christentum. Und wäre das auch passiert, dann wäre das zu 100% von frühen Skeptikern, wie zum Beispiel eben Zelsus im 2. Jahrhundert, aufgegriffen worden und eben benutzt worden, um dagegen zu argumentieren, dass es nicht die Wahrheit ist, dass es eine Lüge ist, dass es nicht passiert ist. Aber das sehen wir nicht. Deswegen basiert die Auferstehung einfach nur auf Lügen. Das kannst du vergessen. Wenn du neu auf dem Kanal bist, vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine ähnlichen Videos mehr zu verpassen.